Ihr wollt wissen, warum hier so ein paar Apparellos rumstehen? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal Käffchen. Käffchen. So, wie ihr hört, hier geht schon einiges ab. Wir haben eine große freie Fläche mit ein paar Löchern im Boden. Und wir haben hier ein bisschen was hingebaut. Nein, ich habe hier ein bisschen was hingebaut, um mir die Arbeit ein wenig zu erleichtern. Nämlich, ich produziere hier schon mal so ein paar Kabel, Draht, Eisenstangen und Platten. Alles so Zeug, das man halt immer mal wieder braucht. Beton kriegt man ja von hier unten relativ gut, wenn man da runter geht. Ich habe den ganzen Spaß zum nach oben bringen. schon mal fertig gemacht. Außer Kupfer, weil Kupfer brauchen wir in diesem Setup gar nicht. Das haben wir da hinten irgendwo für anders noch zu verwenden. Ich habe gedacht, das wäre mega kompliziert. Aber eigentlich, 12 Maschinen gehen zusammen und ergeben, also, nur einmal rein, 65 pro Minute machen die und praktischerweise 65 mal 12 bis 780er Band. Wunderbar! Jetzt hat er von den Dingern 50 Stück. Das heißt, es bleibt nachher zwei über. Auch das ist wunderbar, weil wir sowieso zwei einzelne stehen haben. Nämlich einmal diese hier und diese da drüben. Das heißt, die geht einzeln mit ihren 65 wunderbar da unten lang, geht da rüber, hier hoch, in das Ding und kommt in der Mitte raus, 130. Von da aus auch. Die anderen, 780er, immer rein und dann da rüber. Und den Blättung, den haben wir auch, der macht halt einen 480er Band, letztendlich voll. Der geht halt hier in der Mitte, da hoch und dann auch mittig da rein. Was habe ich denn hier für eine Farbe? Und warum? Okay. Faszinierend. Das sollte so eigentlich gar nicht sein. Warum auch immer ich das da? So. Gleichzeitig habe ich eine kleine Treppe gebaut. Und einmal rauf. Hier, Treppe nach oben. Stayway to heaven. Hop, hop, hop. Geht einmal hier in diese Etage rein. Ach ja, die Cola habe ich auch umgelegt. Die wäre mitten in die Maschinen reingekommen. Das war ein bisschen blöd. Und deswegen, die kommt jetzt hier raus. Hier sind die ganzen Sachen. Ich habe mir auch wieder schön dran geschrieben. Das ist halt nur temporär. Und ich habe mir da die Kohle hingepackt. Deswegen ist das Ganze auch gar breiter geworden. Das Praktische daran ist, ich hätte damit dann zwei Wege, wie ich das Zeug weiter nach oben führen kann, wenn ich es denn dann so weit brauche. Ja, und dann haben wir hier oben unsere riesige Fläche. Und auf dieser riesigen Fläche, muss ich mal gucken, habe ich die offen? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich bin wieder bestens vorbereitet, meine Freunde. Du Fenster, geh mal beiseite. Dich brauche ich gerade nicht. Ich hatte dieses Fenster hier. Das machen wir uns nochmal eben auf. Dann habe ich... Natürlich habe ich die Informationen, die ich für da drin brauche, die habe ich abgespeichert. Aber die ist doch jetzt selber habe ich nicht... Also mit Software meine ich Sold. Moment. Ich habe doch gerade was kopiert. Ja. Ich würde lieber kopieren. Einfügen. Import. Genau. Ähm. So. Sold steht... Wofür steht Sold eigentlich? Special Thanks for your Accessibility. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es euch unten. Ist letztendlich ein Factory-Planer, wo ich mir auf den... Auf einem Grid die Sachen zusammenlegen kann. Das ist ganz schön und praktisch, wie ich finde. So. Und ich bin da auf die wunderbare Idee gekommen, quasi... Kaffee zu trinken. Ähm... Gut. Dafür muss ich aber hier alles zumachen. Aber macht ja nichts. So. So. Ähm... Habe ich... Das ist wild. So, der geht hier runter, da raus, da runter. Und kommt von da, wie man sieht, so schön um die Ecke, hier rein. Und dort ähnlich, da ist auch ein bisschen wild da drin. Also... Die hier ist einfach, weil die macht einfach nur... Volup. Ähm... Die andere, die geht hier über alles drüber, da hinten runter und dann da hoch. Und damit habe ich meine Kohle zusammen. Ähm... Gießerei, 39 Stück, Gießerei, 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 Gießerei Produktion. Das heißt, wir brauchen 390 von denen und 390 von jenen. Und wir brauchen einen Arschvoll Beton. Der heißt, wir packen das erstmal alles drüber. Wir brauchen den Arschvoll Beton, nämlich das hier. Das, 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 das. Das. Das wird schon voll. Ich nehme mal aufs. So, Arschvoll Beton, haben wir. Ähm... Das Zeug brauchen wir gerade auch nicht. Äh... Die 30 können da drin sein, die sind mir gerade egal. Ähm... So, team. Das da rein. Fertig. Da haben wir das. Äh... Eins, zwei, drei, vier. Haben wir gesagt. Und andere. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fertig. So. Dann wird hier hochgelaufen. Zippt. Wir gehen mal hier rein. Und zwar. Und jetzt muss ich wieder auf meinen schönen Plan gucken. Der hier allerdings noch nicht in der richtigen... Genau. So ist besser. Ähm... Das Schöne an diesem Salt-Ding. Das hat wirklich das perfekte Raster hier. Ja, Maus. Oh, ein bisschen langsamer. Genau. Muss ich hier auch ein bisschen ausruhen zwischen. Und zwar. Ich habe mir gedacht, ich lasse diese Reihe hier frei für meine Bänder. Also für meine Löcher. Der klingt falsch. Und dann habe ich gesagt, ich gehe ganz nach hinten und packe diese am Strich da dran und da dran. So. Damit haben wir das. Und jetzt können wir ein bisschen was darüber ziehen. Und zwar machen wir das jetzt soweit, bis wir hinten quasi genauso auskommen. Und dann... Das heißt genauso. Das passt nicht hundertprozentig. Aber wir kommen damit schon klar. Dann brauchen wir uns danach auch nicht mehr um die Kohle kümmern, dass wir die irgendwie nach oben kriegen oder so. Sondern das läuft dann einfach. So. Jetzt müsste der hier nämlich... Genau so stehen. Richtig. Okay. Ähm... Jetzt drehen wir die hier. Und das wird jetzt nochmal interessant. Nämlich... Die kommt... Ja, an die Kante. Jetzt die Frage. Packe ich die? Äh, das ist relativ egal. Wir müssen uns eh zusammenführen. Ich glaube, ich packe es lieber so. Ich habe lieber mehr Platz zwischen den Eingängen als bei den Ausgängen. Weil da müssen einfach nur... Ähm... Splitter, Merger, was auch immer. Ähm... Merger zusammen... Ähm... Irgendwo kann ich dann zur Not einen Lift oben drüber machen. Fertig. Oder nach unten. Wo auch immer hin. Ähm... Deswegen ist das so schöner. Und gleichzeitig machen wir... Und drehen. Gehen da hin. Na, jetzt haben wir die da... Die Größe voll. Hallo. Ähm... Auf diese Ebene. Dann gehen wir eins, zwei rein. So. Theoretisch... Lügt mich dieses Tool jetzt an. Denn... Eigentlich hätten wir jetzt die Teile hier genau gegenüberliegen müssen. Oder wird das Design wird angepasst von den Teilen angepasst. Das heißt aber auch, ich brauche diesen Offset gar nicht mehr. Hier guckt mal einer an. Wieder was dazu gelernt. Das heißt, du gehst einfach einen weiter rein. So. Genau. Jetzt haben wir sie... Das war jetzt wieder mal sehr wild. Äh... Du bist quasi genau neben dem Strich. Du bist auch genau neben dem Strich. Genau. So. Jetzt müssen wir... Ja, jetzt gehen wir einmal hier hinten hin. Ziehen uns die... Äh... Die Dinger hier wieder ran. Zack. So. Am Ende müssten wir dann... Gut auskommen. Miteinander. Denn es sollten 13 pro Reihe sein. Eigentlich. Ähm... Und das sollte auch passen. Schon irgendwie praktisch so. 39 durch 3. So teilen. So. Jetzt sind sie hier schon mal verschwunden. Ich muss noch eine setzen. Jo. Ich bin so froh, dass ich von NA 0 brauche. Das ist NA. Ah, das waren die Pumpen. Okay. Ja, davon brauche ich auch keine mehr. Weil Wasser kommt oben an. Das wissen wir. Dann können wir die nämlich schon mal aus unserer Liste hier rausnehmen. Das ist super. 8 Manufaktoren. Stimmt nachher für die... So. Jetzt habe ich hier mal noch ein bisschen was anderes zu tun. Denn ich brauche... Konstruktoren. Die ich auch hier auf die Ebene setzen möchte. Und da habe ich mir gedacht, ich lasse hier ein bisschen Platz. Nämlich quasi bis genau hier hin. Und ab dieser Stelle... Baue ich Konstruktoren. Jetzt fehlen mir natürlich die Platten, klar. Die holen wir uns jetzt gleich wieder. Mit den Platten und definitiv noch jede Menge Kabeln. Den Rest schmeiße ich jetzt wieder unten rein. Die brauchen wir ja gerade nicht. Wir haben wir auch direkt alles. Ja, zippt. Ich bin immer so hektisch rum. So. Wir brauchen die definitiv. Dafür können wir das und das. Das wegtun. Können wir das schon mal nehmen. Sortieren. Sortieren. Da haben wir hier rein. Da haben wir gerade nichts, was wir brauchen. Hier haben wir eine ganze Menge, was wir brauchen. Hier haben wir eine ganze Menge, was wir brauchen. Sortieren. Nein. Und hier haben wir auch eine ganze Menge, was wir brauchen. Ansonsten können wir uns das da oben noch wegnehmen. So. Wunderbar. Ja, ich hätte diese Treppe auch zwischendurch noch mal rumdrehen können. Aber ich wollte das nicht am Glas haben. Und so passt das halt so schön. Ähm. Hier passen jetzt 170 Stückchen. Sofern ich richtig gezählt habe. So. Das heißt. Äh. Warum wollte ich sie denn machen? Ich glaube, ich habe mir überlegt, das so zu setzen. Jetzt ist die Frage. Mache ich das wirklich? Nee. Ich mache das nicht genau so. Dann müsste das nämlich hier auskommen, dass ich danach noch hier dazwischen habe. Ich den jetzt da hinsetze. Ja. Dann kann man die hier zusammenlaufen lassen. Das heißt, da wird nachher noch das Ganze nochmal interessant, wie ich das zusammenführe. Aber vielleicht kriegen wir hin. So. Und jetzt wird es interessant. Den Spaß. Können wir nämlich jetzt schön hier langpacken. Das werden 10 Reihen. A 17 Stück. Und dann haben wir noch ein bisschen für die nächste Etage da drüber. Was dann überbleibt. Auch hier werde ich es jetzt wieder so machen, dass wir die ganze Verbindung, Verkabelung, Verbänderung, wie auch immer, separat mache. Weil das ist nochmal ein bisschen anders kriminell. Genau. Das oben drauf. Da weiß ich halt noch nicht genau, wie ich was mache. Da muss ich nochmal mit den Zahlen gucken. Weil ich brauche, ja, das aus den Steel Ingots, die da rauskommen, muss ich halt in 60 Stück davon, von den Dingern hier, muss ich die Steel Pipes machen. Und auf 47 Steel Rods. Also letztendlich ist das ja nur die etwas bessere und schnellere und größere, geile Variante von denen. Das ist halt der Stahlstab. Eisensteine Stahlstab. Da kriege ich in 5 Sekunden 4 Stück aus einem Teil und da kriege ich aus einem Teil in 4 Sekunden 1. Das ist auch, hier kommt massig was raus. Und Stahlrohr ist halt Standard. Da wird halt nochmal interessant. Es sind halt 59,33, das heißt irgendeinen muss ich dann untertakten. Und bei dem anderen sind es halt 46,667. Nur dummerweise keine zwei Rezepte da reinpacken. Und sagen, machen wir zu einem Drittel das und zu zwei Drittel jenes. Wäre geil. Hätte ich gerne. Aber. So. Gehe ich auf die Seite. Letztendlich macht es keinen Unterschied, ob ich das, was ich jetzt tue, auf der einen oder auf der anderen Seite mache. Aber irgendwie komme ich damit besser klar, wenn es so rumläuft. So. Das heißt, den haben wir. Jetzt drehen wir den Spaß rum. Und setzen dich. Da hin. Dann drehen wir den Spaß um. Setzen dich. Da hin. Drehen den Spaß um. Da hin. Ähm. So, jetzt muss ich mal wieder spicken hier. Okay, jetzt müssen am Ende zwei Reihen frei bleiben. Also ich könnte theoretisch noch eine Reihe mehr machen. Aber das ist halt, wie gesagt, Theorie. Das passt. So, jetzt ziehen wir dich wieder da hinten. Also die käme dann mit dem Ausgang außerhalb der Wand raus. Das wollen wir ja nicht. Das hier müsste eigentlich der letzte sein, oder? Kommt das hin? So. Ja, weil wenn ich jetzt hier meinen Abstand einhalte, dann haben wir den Kollegen, der wird schon gelb von Knight. Ja, der stimmt dann so halb draußen. Jetzt deswegen hier oben noch mal wieder einen rausgehen. Nein. Das gefällt mir nicht. So, gefällt mir das doch. Nein, das gefällt mir nicht. Ich denke, was davon, wenn ich 17 mehr mache? Wie viel bleiben wir jetzt? Ach so. Dabei 316. 116 minus 170. 146 minus 17, 129. Wirkliches Gewinnen? Ich auch nicht. Lassen wir das. So. Das kommt aber alles aus. Okay. So rum. Ich glaube, ich mache jetzt erst alle, die die grünen, also die Pfeile nach rechts weg zeigend haben. Und dann alle, die die Pfeile nach links zeigend haben. So, da sind wir angekommen. Jetzt können wir da hingehen. Das wäre diese Reihe dann. Genau. Ähm. Ups. Ich kann denken, wenn ich nicht unterstehe, macht er das auf meinen Kopf. So. Nächste Eier. Da hinlaufen. Ja, komm. Runter. Runter. So. Wieder zurück. Okay. Rückwärts laufen kannst du nicht so schnell. Und da sind wir. Das heißt, da noch eine und dann müssen wir in die andere Richtung. Okay. Gehen wir hin. Habe ich verstanden. Ja, vielleicht ein bisschen mit. Äh. So. Zack, tack, tack, tack. Und dann kommen wir sogar recht gut mit aus. Jetzt wäre die Frage, setze ich mir erst ein Dach oben drüber? Um dann die letzten auch zu setzen, weil dann habe ich das ja schon mal fertig. Müsste ich gucken, ob ich, natürlich schön, wenn das irgendwie aufgehen würde mit 17er Reihen, aber das wird es wohl nicht sein. So viel Glück habe ich dann doch nicht. Vor allem nicht, wenn ich so ein Quatsch hier mache. Nein, habe ich gedacht, die zu drehen. Äh. Einen wieder oben drauf. Nehmen. Guck mal, jetzt sind wir bei genau 200. Ist das nicht schön? Ähm. 146 hat mir der Taschenrechner gerade gesagt, ne? Ja, schau mal. Das ist alles, damit wir 80 Motoren pro Minute machen. Ich fürchte, ja, wenn wir mit dem Projekt hier durch sind, brauche ich die schon nicht mehr, weil dann alles da oben irgendwie fertig ist. Wobei die automatischen, nein, wie heißt denn die Dinger da? Das erste, ganz links. Wo wir nur 309 von haben. Das wird am längsten dauern und dafür brauche ich dafür die Motoren? Könnte sein, ne? Die gehen auf jeden Fall auch in die Richtung. Das heißt, da könnte ich dann zur Not noch ein bisschen aufstocken. Sollten wir mal dann sehen. Wie ich schon in frühen Folgen immer gesungen habe. Und ständig fehlen die Motoren. So. Alle, die alt genug sind. Ich, äh, liebe euch diesen Orgo mit Freuden. Und, äh, die Glücklichen, die nicht wissen, was ich, worauf das in einer Anspielung ist, lasst es dabei. Tut es euch nicht an. Tut so, als hätte ich das nie gesagt. Dann ist gut. Wir haben also das zusammen hier. Wenn wir jetzt wieder hier nach dem Notenstrom rankommen, kann ich ja wieder schweben. So. Hier, das läuft ganz gut. Wir haben Kabel on Masse. Das ist doch schön. Ähm, jetzt ziehen wir dort. Wie, wie hoch ziehen wir das denn jetzt? Schau mal. Also das wird ja schon mal reichen, um wenigstens über die Kollegen hier zu kommen und über den ganzen Kram, ne? Dann machen wir das auch. Genau so. Eigentlich wäre es ja clever, wenn ich mir den Beton, der hier ja sowieso schon anliegt, der anliegt, eben hier drüber schmeiße, oder? Also. Der liegt da an. Kommt hier drauf. Das Teil, wofür mir jetzt natürlich wieder Material fehlt. Ja, fang mal runter. Danke. Nämlich, ich brauche einmal das, einmal das. So, da ist der Eingang. Wo soll's? Mittig? Okay, da geht nicht. Und du kommst da rein. Beton läuft. Das heißt, den habe ich nämlich auch. Und das ist eh hier alles so temporär. Den kann ich nachher da wieder rausholen. Wunderbar. Denn jetzt kommt wieder der wunderbare Teil, an dem ich sage, so, wir schmeißen uns jetzt hier mit so eine schöne Plattform hin. Einmal in die Richtung. Einmal in die Richtung. Dann packen wir uns da drauf. Zwei Rände. Ich fahre eigentlich im Moment ganz gut, wenn ich diese Zweier-Konstellation oder Zweier-Höhe mache. Das passt schon. Ja, ziehe ich hier jetzt direkt wieder? Ja, könnte ich eigentlich. Dann besteht da auch keine Verwechslungsgefahr. So, das hätten wir. Und das hätten wir dann auch. Das ist das, was wir hier. So, wollen wir es zu haben. Dann können wir hier drauf gehen. Ziehen den Kollegen in die Richtung. Fertig. Bis dahin. Nehmen wir uns den hier mit. Bis ganz hinten. Zehen dich da. Und dich. Auch dort. So, jetzt suchen wir uns. So aus. Letztens. Wir machen jetzt hier die Zehn. Schön bis hinten durch. Dann haben wir nachher nur noch 0,18. Aber erst mal warten wir, dass es Auto safe war. Plan ist jetzt quasi obendrüber die anderen letzten 146 Konstruktoren zu setzen. Und dann können wir uns schon mal um die Fabrikatoren kümmern. Ob wir jetzt die 146 heute noch gesetzt kriegen, weiß ich gerade nicht. Aber das wäre halt so der nächste Schritt. Ich hoffe, dass ich auch da wieder Sachen zusammengefasst kriege. Was halt Sinn machen würde. Weil dann kriegen wir über die Assembler was hätten wir denn da Statoren und Rotoren könnten wir da machen. Dafür brauchen wir 72 von den Dingern. Oder wir können das ist Moment 20 57 hier auch. Aber da werde ich glaube ich erst noch meinem tollen Programm danach gucken, wie ich das am besten entgegen will. Oder wir probieren aus, wie viele wir schaffen. Das ist natürlich diese Etage, die ich da unten habe, relativ schmal. Mache ich da das ähnlich, wie ich es unten gemacht habe, weil da habe ich quasi unten drunter, also unten wie hier, eine so eine Wanne gemacht und dann oben drauf, also quasi unter dem nächsten, unter der Decke, nochmal einen runter gezogen. So eine Wand und da drunter dann die, ich glaube es waren sieben Fenster hoch, also wirklich Fenster dann gesetzt. Das ist ja jetzt vom Prinzip ja gar nicht so doof. Äh, ein paar haben wir noch? Und zwar drei. Hallo? Maus. Danke. Ähm, ja, einmal Humsorn. Danke. Zwei. Und die drei. So, hier ist aufpassen angesagt. denn hier habe ich gerade einen Strom und in die Richtung. Ziehen wir mal eben das dazu. Nee, du bist zu weit. Okay. Und dich nochmal oben drauf. Dich oben drauf. Passt. das habe ich gerade da vergessen. Das müssen wir dann gleich nochmal zumachen. Okay, ist ja kein Problem. Ähm, jetzt muss man gucken. Ich muss sowieso jetzt gleich nach vorne laufen, um mir wieder Zeug zu holen, weil er reicht schon nicht mehr. Äh, kein Problem. Kein Problem. Übrigens der Zug Zug, genau, der Zug Problem da hinten habe ich irgendwie, ich verstehe es bis jetzt nicht, ein Signal vorm Bahnhof war zu viel und deswegen hat er keinen Bock mehr gehabt. Ich weiß es auch nicht. Ich habe dann einfach ein Signal gelöscht, von dem ich eigentlich dachte, das war ja vorher kein Problem und jetzt fährt er wieder. Ich kann es mir nicht erklären. ähm, würde ich ja sagen, wenn ihr es wisst, aber ich habe es ja nicht gezeigt, also, ja, ihr kennt da hinten die, grundsätzlich, wie es aussieht, also theoretisch solltet ihr mir das sagen können, aber halt auch nur theoretisch. praktisch wird es für immer ein Mysterium bleiben. Naja, ist ja auch halb so gut. jetzt haben wir diese Ebene fertig, dann müssen wir oben drüber noch ziehen. Ähm, dann wäre es vielleicht nochmal ganz gut, eine Tür einzubauen oder so oder noch ein Loch zu lassen. Wäre ganz gut noch ein Loch zu lassen. Jetzt ist das sogar ein halbwegs vernünftiger, verständlicher Satz geworden. Ähm. Das haben wir. Da ist zu. Jetzt einmal. Mach ich das jetzt ganz stumpf, indem ich sage, ich treffe da den Punkt eh nicht. Sag mal. Richtig. da rüber, weil das müssen eigentlich nur acht sein, glaube ich, ne? Bis da hätten sogar noch sieben. so. Egal. Da haben wir's. Was? Da haben wir den nächsten. dann können wir uns dort die Wand nehmen, dort hinsetzen und nach da hin zu machen. Dann machen wir da zu und da zu. und machen hier auch zu. Sehr gut. Hier vorne kommt jetzt irgendwo ein Loch. Müssen sowieso noch die Mitte suchen, gleich wieder. Was wir wunderbar mit roter Farbe machen können. Aber ich brauche dies hier. Ähm. Okay. Auch wenn ihr mir das nicht glaubt. Ich habe nichts abgezählt. Ich habe Wow. Ich bin selbst ein wenig enttäuscht. Nein, enttäuscht nicht. Erstaunt. Das war das Wort, das ich suche. Wow. Cool. Ja, cool. So. Dann machen wir eine dritte Runde oben drauf. Dann machen wir auch direkt rüber. Jetzt habe ich mir jetzt verdient. Darf ich auch direkt anmalen. So. Hier wird das niemals gelingen. Ähm. Genau. Bisse Runde, weil dann kann ich nie. Auch nein. Schon mal alles die nächste Ebene hier so anfangen habe meine Wanne schon fertig und die ich dann reinbauche. Alles gut. In unserer Zeit 36 Minuten. Also ich gehe davon aus, dass wir nicht über die Konstruktoren hinaus kommen. das macht nichts. So. Das heißt auf der Höhe wollen wir arbeiten. Bis dahin gehen. dann haben wir nämlich das alles schon. Das wird nochmal ein Akt das ganze mit Strom zu versorgen und dann eben mit Bändern aber da haben wir immer diese Ebenen hier drunter. Damit können wir eine ganze Menge erreichen. Das ist halt auch immer ein bisschen viddelig. Solltet ihr wieder mehr sehen wollen wie ich irgendwelche Bänder ziehe weil keine Ahnung ihr habt dann Fetisch für oder so oder Kabel ziehe dann schreibt mir das ruhig in die Kommentare wenn ihr sagt nee nee lass diesen Kram der ist teilweise echt langweilig und anstrengend lass mal weg dann würde ich das weiter so machen wie ich jetzt mache Hälfte von der Wanne da oben haben wir schon fast fährt also ist eigentlich mehr als die Hälfte weil ja da sind zehn und von da vorne weiter sind ja nur noch neun heißt wir haben zehn neunzehntel also was klözen scheinbar irgendwie vier halb fünftel oder sowas keine ahn kein material mehr und ja ich gehe in die ecke und schäme mich für den so ja jetzt ziehen wir aber hier schon mal eben den Kollegen dahin machen den Kollegen weg weil dann habe ich direkt meinen Durchgang so und wie man das so schön macht in der Logistikbranche kein Weg ohne Fracht gehen wir jetzt schön auf dem Rückweg hin machen die Seite voll und dann ziehen wir noch die letzten zehn ein und dann ist gut so so warum drücke ich eigentlich immer die shift taste wenn ich rückwärts gehe um schneller rückwärts zu gehen und dann wieder festzustellen eher gar nicht schneller rückwärts rückwärts langsam egal so viele sachen die ich einfach nicht lerne in diesem spiel daher macht auch keinen unterschied mehr dann dauert man ein stückchen vorwärts und doch auch muss auch noch eine kleine fabrik bauen für die high speed anschlüsse da draußen noch ein bisschen vor das problem dass man dahinten das katerium fehlt das habe ich ja schon alles benutzt weil wir wollen ja eigentlich auch noch die diese noch mal homing ammo haben und dafür fehlt mir das so und du bist zu jetzt wäre es eigentlich clever naja machen wir aber nicht ist das wirklich clever also das wäre für mich insofern clever dass ich dann ein bisschen einfacher als hier wieder zusammenbasteln wir ziehen die apparellos ab hier also ich muss den plan noch mal neu machen für die nächste etage produktion konstruktor aber ist ja kein problem so jetzt mal gucken ja ich wollte noch rechnen wo fängst du mal an wir haben 146 durch 17 warum ist das so eine doofe zahl besser machen wenn ich den quer stelle wie viel reinten wir kriegen dann hin sind 28 rein wenn ich links und rechts eine weglasse sind es 26 146 durch 26 also sind durch zahlen wenn ich acht rein machen dann brauche ich noch in die komma 6 also wir machen erst mal acht volle rein dann heißt diese reihe und so haben dann wollen wir diese bei haben zwei rein drei rein hier rein hier rein fünf fünf sechs sechs sieben acht so das sind unsere acht ein und dann gucken wir mal was drüber bleibt überlegen uns wie wir die am besten hingesetzt gehen hier sind wir durch dann gehen wir auf die reihe ähm mit theoretisch schaffen wenn ich nicht immer wieder meine meine folgen verkürzen meine folgen verkürzen möchte ich weiß schon nicht mehr wie er hieß ähm der kommentar von einem nutzer unter einem der ähm letzten videos ähm war halt kürzer nach 15 20 minuten nach 25 ähm ähm hat ja vollkommen recht die ne was ich hier macht ist zu lang versteht auch aber ich möchte jetzt dieses let's play halb wenigstens so durchziehen bis zum ende bevor ich äh mittendrin jetzt äh die videos umändere und ja auf einmal anders bearbeite das äh finde ich doof und ich glaube das bin ich euch auch erstmal schuldig wenigstens das hier so zu beenden wie ich es angefangen habe also ideenlos ohne skill um dann ja um das season 2 anders zu starten etwas gekürzt geschnitten ähm ich will halt keinen stil kopieren aber natürlich äh will ich mich halt auch an den anderen die es so gibt orientieren also ja allem voran halt äh im kibitz beziehungsweise im kibitz im kibitz auch immer man sagen will ähm er ist für mich halt unerreichbar der macht halt auch schon ein paar jahre länger und nicht nur das factory sondern auch schon vorher ähm interessanterweise sieht man dass er anfängt sich sachen zum beispiel bei ähm bei den titeln von den folgen mehr von let's game it out abzugucken oder vom spiffing brit der auch wobei der ist eher bei perfectly balanced ähm wohingegen ähm in letzter zeit gibt es macht ähm city skylines video ähm mit einer stadt wo er die leute leiden lassen will und von den titeln her geht das sehr in let's game it out richtung aber beide sind ziemlich cool muss ich sagen so wie viel haben wir denn noch über 10 10 wie setzen wir 10 hin wir haben jetzt hier 17 das heißt es würden 7 überbleiben ähm äh das war wild ähm was wäre denn wenn ich die das wird jetzt ein bisschen sehr strange einfach so lege hab ich pass auf wir versuchen das einfach ähm das ist wie gesagt jetzt das wird richtig wild aber hey das ist ohne plan ich hab keine ahnung was ich hier tun wir ziehen das jetzt einfach gemeinsam durch ihr leidet mit mir oder ihr macht aus bitte und aber es passt oh es passt perfekt ha da bin ich jetzt ein bisschen glücklich drüber also wir haben das alles geschafft was ich mir für heute vorgenommen habe das heißt auf dieser fläche hier muss ich jetzt gucken was ich an ähm Fabrikatoren aufstellen kann das wird interessant hab ich doch gerade zugemacht ich brauche dich gerade danke so das heißt bis zum nächsten Mal was wir jetzt schon mal machen können ist ähm die Höhe von den Teilen Moment und dann könnte ich nämlich schon mal darüber nachdenken ähm die Höhe drei drei reichen gucken wir nochmal nein oh das war schwierig zu schätzen äh nein Produktion verdammt ich hab dreimal an diese Stelle gelitten okay das wird die nächste Höhe haben wir uns da schon mal hingesetzt ich packe es jetzt mal eben in die Ecken ich äh da hinten die Ecke und hier unten die Ecke fehlt mir noch das werde ich schon mal fertig machen aber hier werde ich jetzt noch nicht den Eumel da oben drauf hängen das ist übrigens das was ich meine wenn ich jetzt hingehe das so machen würde wie in der Etage unten drunter so ganz unten dann hätte ich hier halt diese Schießscharte mit Glas gefüllt ich weiß nicht ob das gut ist das sieht halt ein bisschen lame aus aber wir hätten ja noch die Möglichkeit an der Stelle hinzugehen und zu sagen okay ich nehme jetzt hier die Eumel dann setzt sie da drüber und unten drunter das volle Glas da überlege ich noch da kommt noch was das werden wir dann sehen ähm normale Wand so nehm ich drei hoch sondern zwei einmal dahin dann einmal in die Ecke zack zwei hoch da kommst du her da mal zwei hoch so jetzt haben wir es in den vier Ecken schon mal wir haben gesagt wir wollen noch eben da nicht hin aber da hinten die beiden weil da und da haben wir schon aber dann haben wir das hier fertig soweit das nur noch die Bänder ziehen ja ich weiß ab irgendwo hier vorne kann ich nicht mehr fliegen ich schaffe es doch bis ganz hinten okay dahin dahin dann einmal in die Ecke hier ist immer recht viel jetzt geht es wieder runter gleich hier ganz knapp hält das hier noch wunderbar wunderbar und einmal ab in die Mitte genau und da rüber ja perfekt das heißt wir haben das wir können hier Stahl machen mit dem wunderbaren Alternativ Rezept nein nicht diesen sondern diesen hier wie sieht das eigentlich aus 40 40 und 60 raus hier kommt eine ganze Menge Beton rein das heißt davon habe ich dann auch genug das ist jetzt auch das Band 780er ist halt nicht voll ich muss mal hingehen ich bin noch da das war 480 aber das Zeug habe ich das jetzt mal auf 480 hier gepackt und angewiesen aber dann haben wir das doch hier also hier ist natürlich auch jetzt eine Lücke und so wie sieht das kabeltechnisch aus Kabel da bin ich massig da habe ich massig da kommt auch genug lassen wir jetzt auch hier schön voll machen dann können wir die hier wieder weg tun das andere was wir noch haben ja Katerium fehlt uns an welche Katerium Lass uns mal eben nach ob wir hier in die Nähe Katerium haben nein Gucken wir mal auf der Kater wo sind wir? da ping ping wie haben wir denn jetzt gepinkt? weit weit weg da oben haben wir Katerium oh da hätten wir noch Katerium boah das hier rüber oh ja auch ein Stückchen guck mal jetzt bin ich nur von da hier rüber hoppen den nutzen wir ja schon können wir doch sogar da ist da diese Leitung und dann in der Leitung aus die er sowieso hier runter geht könnte man hier rüber hoppen also die ist wirklich nicht weit weg da vorne also da könnte man noch drüber nachdenken aber das bräuchten wir ja für das andere Zeug wir müssen es da oben hin bringen wie sieht denn das damit aus? unsere Waffenfabrik die ist da das ist ewig weit weg da habe ich besser das kann ich mir nochmal ziehen ja gut das habe ich schon wieder in die Länge gezogen ich sag mal das war es für heute wenn es euch gefallen hat dann lasst mal so ein Abo da Glocke nicht vergessen Daumen weg großartig Kommentar freue ich mich riesig drüber und damit macht es gut Käffchen Tschüss